Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung des Gewinners vom letzten Video. Also, los geht's! Endlich ist es soweit. Heute werden wir mal den Gewinner bzw. die Gewinner des letzten Videos raussuchen, des Polygeal-Videos. Ihr wart sehr, sehr fleißig in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut, dass ihr euren Kommentar dargelassen habt und auch eure Chance genutzt habt, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Aber ich schwafe nicht mehr länger. Legen wir uns direkt mal los mit den Gewinnern. Ich suche mir jetzt hier mal erstmal den Link des Videos raus. Ich werde es wie immer machen. Ich werde mir hier einen Random Comment Picker raussuchen. Den habe ich gerade schon gesucht und einmal kurz getestet. 126 Kommentare. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, und dann legen wir doch mal los. Die erste Gewinnerin, Bianca Meier. Herzlichen Glückwunsch! Auch dich werde ich anschreiben in den Kommentaren und natürlich kriegst du dann dein Polygeal-Set. Danke für das tolle Video. Schreibt sie sehr, sehr gerne. Ich mache natürlich immer gerne Videos für euch. Leider ist es zeitlich momentan halt schwierig für mich. Aber ich versuche immer mein Bestes, euch da immer wieder schön Content zu bieten. So, die erste haben wir. Die zweite. Tante, herzlichen Glückwunsch! Auch du hast einen Kommentar da gelassen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch weiter viel Spaß. Vielen Dank dafür. Den haben wir natürlich auch jedes Mal bei einem Video. Hashtag ist auch dabei. Wunderbar. Du hast gewonnen. Viel Spiel, Spaß mit dem Set. So, die nächste. Heidi H. Ich würde mich sehr über das Polygeal-Set freuen. Das freut mich natürlich auch, dass du dann jetzt auch noch gewonnen hast. Also viel Spaß damit. Nicht lange schwafeln. Geht direkt weiter zum vierten Gewinner. Kathi Konard. Herzlichen Glückwunsch! Polygeal. Der richtige Hashtag. Also auch du hast gewonnen. Ich werde dich anschreiben. Und die letzte in dieser Runde. Und dann sind wir auch schon durch. Geht schnell, Leute. Melissa Stieben. Herzlichen Glückwunsch! Du hast gewonnen. Polygeal. Toi, toi, toi. Ich mag die Farbe in deinem Studio. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Es wird demnächst noch ein bisschen umgebaut. Ich freue mich schon drauf. Da hinten kommt eine andere Wand hin. So eine Holzwand. Aber vielen, vielen Dank. Ich mag es auch sehr gerne hier. Ich mag auch sehr gerne hier arbeiten. Wie gesagt, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Auch dich werde ich anschreiben. Und dann wirst du dein Set bekommen. Und da soll es auch schon gewesen sein mit dieser kleinen Auslosung zum Gewinnspiel. Es wird natürlich weitere Gewinnspiele geben. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann natürlich sharen, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken. Auch immer einen Kommentar da lassen. Da freue ich mich auch sehr, sehr gerne drüber. Und dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Bis zum nächsten Mal.